Hallo Leute, ich bin Tami von Maltai mit Tami. Ich komme aus Nigeria, aber seit 2019 studiere ich hier in Deutschland. In meiner Freitag koche ich Gierde und lade meine Freunde ein, dass wir zusammen gucken und gleichzeitig unsere Deutschkenntnisse verbessern können. Die Gebundlichkeit ist wunderbar. Meine Freunde kommen aus der ganzen Welt. Wir verbringen gerne Zeit miteinander bei einem guten Essen. Mit dieser Inspiration würde ich gerne meine eigenen Erfahrungen teilen. Wenn wir die Welt aus der Nähe betrachten, sind wir alle sehr ähnlich. Wir lieben gleiche Gewichte. Überall auf den Kontinenten der Welt essen wir ähnliche Dinge, aber auf verschiedene Weise. Die Mahlzeit mit Tami tilgt darauf ab. Die zu verbinden, wird mit dem, was wir alle lieben, zum Beispiel, essen. Ob afrikanisch, europäisch, amerikanisch, asiatisch, australisch oder ozeanisch, sollen wir alle unsere Meidheiten ohne Grenzen genießen. Genau wie meine Freunde und ich.